Zuerst dann die Zusammenfassung für das Spiel und dann die drei Fragen. Das hat überhaupt nicht stimmt, dass ich niemanden von der Presse gesprochen habe. Das einzige Mal ist, wenn ich hier bei der Pressekonferenz bin. Ich habe gesagt, wenn irgendetwas ist, wenn irgendetwas ist, wenn irgendetwas, wenn ich nicht mehr möchte, wenn ich die Spiele ausnehmen möchte, oder wenn wir neun holen, dann ist das entscheidend, dass wir es mit den Spielen sprechen und nicht über die Presse. Und wenn es dann so weit ist, dann werden die Presse geschehen. Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht. Wir haben trotzdem dreimal gewonnen und das ist wirklich sehr freundlich. Man muss aber sagen, dass nicht viel zusammengelaufen ist. Konzentration war nicht optimal. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Und man war schon in der ersten Halbzeit, dass dann Genaui uns benannt wie gehalten hat. Gleich nach der Pause, wo ich eigentlich auch angesprochen habe, dass wir konzentrierter spielen müssen, kriegen wir gleich wieder einen Elfmeter Fehler. Und das sind Dinge, die wir in die Geräte stellen müssen. Da müssen die Spiele viel konzentrierter, weil es auch kein sein. Vielen Dank für die Drei-Punkte und die ersten Platz zu stehen. Vielen Dank für die Drei-Punkte. Ich gratuliere nochmal. Sechs Spiele in der Meisterschaft und jedes Spiel probierst du einen anderen Stürmer. Es gibt keinen Stürmer, der die sechs Spiele gemacht hat. Hast du, hat keiner dann überzeugt, hast du, hat keiner dir überzeugen können und überlegst du dann ein Rotieren zwischen die Drei oder Vier oder vielleicht willst du dann einen ausländischen Spieler verpflichten oder Stürmer verpflichten? Ja, ich glaube, das ist natürlich so, wenn sie hoch stehen und viel früh stören, müssen die Stürmer natürlich auch viel laufen. Das kostet viel Kraft, sie sind immer im Sprint unterwegs. Und das ist natürlich gerade auch der Stürmer wichtig, dass man frisch ist. Und wir haben Nelsi mit Percy, der zwei Spiele hinter einem anderen gespielt. Ich weiß jetzt noch nicht, was er hat. Ich weiß noch nicht, was er hat. Ich hoffe, dass er nicht so groß ist, dass er nicht so groß ist und dass er nicht so groß ist. Letzte Frage. Wir gratulieren für das Ergebnis. Die Auslosung für Afrika Champions League war heute. Ahli ist in der schwierigsten Gruppe von den Vieren mit Sundowns, Cotton und Hilal. Besonders Asil Ahli hat immer das Ziel, die Champions League zu gewinnen. Ist eigentlich dann nicht zum Spiel, aber das ist deine Entscheidung, diese Frage zu beantworten oder nicht? Ich hoffe, dass das eine schwierige Gruppe ist. Erstens, über die Menschen zu informieren. Ich weiß noch nicht, oder noch nicht. Ich werde auch in der nächsten Zeit informieren, wie sie spielen, was sie spielen. Und dann werden sie sicher auf Kuppe und bereit sind. Ich habe, wie meine Damen und Herren, gehört auch, dass es eine schwierige Gruppe ist. Aber ich habe immer noch nicht gewusst, dass ich die Flüge nicht wissen. Ich muss sie sehen und sie wissen. Ich muss sie wissen, ich muss sie wissen, ich muss sie wissen. Ich muss meine Informationen über die Flüge, um die Flüge zu gewinnen. Ich bin nicht so schwer oder nicht. Aber ich kann sie wissen, dass wir uns sehr gerne machen können. Das ist das Thema, das ist alles. Wenn ihr euch noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Es ist eine große Frage.